Ich glaube, der Gottesdienst ist wichtig, damit allen nochmal Raum gegeben wird, damit alle nochmal dementsprechend ihre Trauer auch gemeinsam entweder mit der Kirche, mit der katholischen oder evangelischen oder im Kreise anderer Menschen verarbeiten zu können. Und was sagen Sie dazu, dass die zwei Jehovas nicht heilen? Verstehen Sie das? Ich glaube, da muss letztendlich bei solch einer Lage jeder seinen eigenen Umgang damit finden. Und ich möchte das weder beurteilen noch begrüßen. Ich glaube, da braucht jeder eine individuelle Art und Weise, wie er damit umgeht.